Servus und herzlich willkommen zurück zu Jagdschieber. Wir waren gleich weiter. Wir müssen schütteln. Könnten wir das ab jetzt lassen? Seht mal Jungs, da ist ein Tanzbär. Hey, kannst du Foxtrot? Los, zeig uns deine Hüften. Hey Bär, Tänzchen gefällig? Oho, das ist zum Schreien, oder? Hey, faules Pack, an die Arbeit. Was guckst du so? Oho, noch nie einen Biberdamm gesehen? Los, weg da jetzt! Bug, das ist er. Der Weg nach Timberlein. Wir klettern da rauf, überqueren den Damm und sind fast zu Hause. Shake your ass, shake your ass. Wer soll denn ja bitte tanzen? Schauen wir erstmal, was hier gibt's. Von uns ein Jäger, glaube ich. Erstmal erlebt, da ist eine Marke, die holst du mir bitte. Oh, und auf den Fehl, du Vogel. Bug, das war's. Wir sind erledigt. Ich werde an die Wand genagelt, einfach so. Als einhörniger Hirsch gehe ich in die Geschichte ein. Es ist die Aktie. Okay, ruhig Bruder, ruhig. Ich lass nicht zu, dass dir ein Haar gekrönt wird. Du bist mein Kumpel. Wirklich? Du, du meinst es? Sicher. Solange du mich nach Timberlein bringst. Oh, äh, klar. Timberlein. Ich weiß, wo das ist. Okay, Bug, kein Problem. Folg mir und wir kommen hier im... Wow, wow, halt die Luft an, Zuckerschnecke. Menschen sind mein Spezialgebiet. Ich war mein Leben lang mit ihnen zusammen, stimmt's? Lehn dich zurück und lass Bug vorangehen. Einverstanden? Oh, oh. Ich muss fitter werden. Aber erst nach dem Mittagessen. Jetzt holst mir erst das Ding. Bug, glaubst du, ich quatsch zu viel? Ein wenig. Was ist los? Ich glaube, ich werde langsam besser. Okay, nur billiger. Die Bären haben's gut. Die sind dick. Okay. Wer schleicht sich da an? Und gleich ist er. Drum können wir leider nix machen. Hier läuft ja alles raus. Okay, da komme ich auch nicht runter. Kamera drehen, drehen. Ah, dich kann ich nicht aufheben. So fühle ich mich auch immer morgens, wenn ich zur Arbeit muss. So, komm schon, komm schon. Ich muss fitter werden. Aber erst nach dem Mittagessen. Bleib ruhig. Hey, wer da? Ruhe, Ellie. Hilfe. Oh je, höchste Zeit, dass ich ab... Hier gibt's nix, hier gibt's auch nix. Hopp, bewegt dich mal wieder schneller Bug. Oh, ein guter Ort für den Einsatz von Eichhörnchen. Wirf Elliet auf den Baum und greif dir das Eichhörnchen. Wenn du es hast, kannst du es auf einen leeren Baum werfen, den es gegen alle Jäger verteidigen wird. Versuch es mal mit dem Baum neben dem nächsten Jäger. Okay, lass mich mal kurz noch die Zigarette austricken. Ich weiß, es ist kacke zu rauchen beim Let's Play, aber ich bin dumm und muss rauchen. Also Leute, fangt niemals an. Es ist voll unnötig und kostet nur n' Arsch von Geld. Das gibt'n blauen Flecken. Fangen wir an. Ja, wo sind's rum? Träne nicht rum, Mann. Oh, wer ist da? Ja, der ist genau richtig. Hast ne Natsalige, what? Bopfenangriff. Tschüss. Ah, okay, verbranen kann ich mich auch. Oder? Ja. Wo kommt das her? Zu leicht. Jetzt hab ich. Du kommst mit. Du täuscht mich nicht. Haha, dachtest du könntest vorbeischleichen, wie? Oh, ich will doch dich erschrecken. Okay, wir können sie auch brutal vermöbeln. Das Spiel gefällt mir immer mehr. Haha, ob nächster Jäger. Komm schon, komm schon. Hallo? Ah, nein. Die Jad ist gelaufen. Okay, die Jad ist gelaufen. Und war da jetzt. Befassen wir uns noch einmal mit den Eichhörnchen. Nimm dir eins, schleich dich an einen Jäger. Okay, das können wir ja schon. Elliot, wo ist denn der? Ist er weg? Wo ist denn der Schwule? Ist er gut. Er hat gesagt, dass Jagen so anstrengend ist. Und Feuer! Ich muss an meiner Landung fallen. It's Zahltag, guys! Er hat gesagt, dass Jagen so anstrengend ist. Muss er einen Baum nehmen? Come on, jagen wir die Jäger. Da ist doch überhaupt kein Baum. Ziehen wir's durch. Bist du's schau- Oh je, höchste Zeit, dass ich abnehme. Zu leicht. Mein Antibärenmittelhilfen! Genau in Endhauken! Dammit! Dammit! Wo war da noch einer? Was ist ich genau? Nö! Genau in einen Haufen! Ausdich! Bauchlandung! Willkommen runter! Ich hab' gar nichts gemacht, aber ja. Warum denn nicht? So, und wie wird abgümmelt das Handy hier? Da war noch was! Scheiße! Da war noch was! Oh nein! Genau in einen Haufen! Hab das nicht auf den Haufen! Oh! Kurze Toppen! Warte mal! Yeah! Mist! Mein Antibär! Das war ein bisschen arg weit! Kreuz! Was für einer! Das ist Shaw! Shaw! Warte! Das kleine Eichhörnchen! Richtig! Wurdest du oft am Kopf getroffen? Frag besser nicht! Er hat uns gesehen! Verschwinden wir! Schneller, 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 schneller! Und weiter geht's natürlich! Kohle, ich will Autofahren, komm schon! Schontagkiste! Jetzt kommt das Auto bekannt vor! Jetzt kommt ein Feinschmecker-Tipp! Die Beeren an den Büschen schmecken nicht nur ausgezeichnet, sie machen dich auch wieder gesund! Nein, ich bin halt nicht verletzt, deswegen kann mir auch nicht viel passieren! Ich bin bereit! Oh yeah! Höchste Zeit, dass ich abnehme! Waaah! Hä? 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 Ah, jetzt kommt's nur noch früh genug! Du hast gewonnen! Okay! Ja, schön einmal! Hey, was zum... Mein Kreuz! Mami! Oh nein, nicht der Gang! Mist! Nein! So, das hätten wir auch! Aber... find ja, gut! Mami! Ich weiß ja, egal... Ich weiß ja, wie der Marke ist, 30 jährg! Und komm mal sowieso! Ich brauche ein Stinktier, ich brauche ein Stinktier. Wo ist das Müffel jetzt hier? Da ist kein... Drüsenbereit! Drüsenbereit! Na gleich darfst du einen Einsatz machen. Oh, ich muss mal pupen? Nein, nein, hier ist noch nicht. Ganz ruhig, ihr Brauner. In die Bärenfallereien? Niemand hat gesagt, dass Jagen so anstrengend ist. Hey! Was zum Bären? Pip, wo kommt das her? Ich schau doch... Woah! Ah, Elliot, geh weg! So, da ist er auch weg. Oh, die schwerf ich lieber am Falle. Ich komm runter! Oh nein, nicht! Mein Kreuz! Da salte ich dich mal! Ihr seid ja spielverderbar! Boah! Sekunde. Ich glaube, ich werde langsam Die Jagd ist gelaufen Ist Ich will nach Hause Du Hobbit Pass auf Ich erkläre dir jetzt, wie man Kaninchen gegen Jäger einsetzt Greif dir zuerst so ein Mümmler Warte mit dem Werfen, bis seine Löffel erscheinen Ziele auf den Kopf und dann lass los Versuch's mal Oh, zu spät Wo sind hier ein Löffler? Alte Holzbrücken I, A, O, O So gut Ich muss fitter werden, aber erst nach dem Mittagessen Ausdelfen! Mein Stein! Nicht! So! Nein, nicht! Steht auf dem Baum Böse Zeit, dass ich abnehme Kommt helle Müller Ich muss fitter werden, aber erst nach dem Mittagessen Rammelt er den oder vermöbelte er ihn? Ich finde es so gut! Ja, Angeln wäre nicht zu gefährlich. Und weiter geht's natürlich. Ne, leider nicht, ich sehe gerade wieder, die Zeit ist vorbei und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Also Leute, bis denn. Tschau.